Hey Leute, was geht ab? Ich hab mega Bock ab jetzt jede Woche schön ein Video rauszuhauen, weil so die gesamte Woche so ein bisschen zusammenfasst, weil ich hatte letztes Jahr einfach schon so ein geiles Jahr und ich dachte mir, so Leute, das muss jetzt dokumentiert werden. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich hab nämlich ein paar Projekte am Laufen. Oben zum Beispiel bin ich gerade dabei, ein Snowboard zusammen zu spaxen. In der Garage ein Elektroquatch speisen, zusammen mit meinem Bruder. Ich hab gerade abgeschlossen, hier meinen Rucksack ein bisschen zu verfeinern, neben dem ich da ein bisschen weißes Leder draufgenäht hab. War auch eine feine Sache. Und auch so unter der Woche, vor allem immer, es sind keine Projekte wirklich unter der Woche, aber es sind so kleinere Sachen wie mal zu kochen oder so, ist auch eine feine Sache. Aber wirklich, ich koche wirklich gerne oder Brot packen, auch eine nette Sache. Und natürlich kann es wie egal, wo man ist, wenn man ein Deck dabei hat, einem ist nie wieder langweilig. Man kann immer schön irgendwelche Sachen üben und man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie Zeit verschwendet hätte. Das ist einfach, das ist herrlich. Und Karten haben einfach, die haben einfach Stil. Das ist einfach das Geil. Also ich meine, es gibt Leute, die können gut mit dem Jojo umgehen, okay, aber Jojo, mein Gott, Karten, die haben echt, die haben Stil. Ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich. Das ist richtig delisious. Einfach mal ein Kartendeck nehmen und versuchen, hier so ein Spring zu machen. Das ist das Beste, was es gibt. Ja, ja. Da werden auch ein Haufen Specials kommen. Ein so großes Video habe ich da schon hochgeladen. Also was heißt großes Video? Es ist auch nur ein 2-3 Minuten Video. Und zwar über dieses Deck hier. Aber es ist schon saugeil und es ist auf meinem neuen Channel hochgeladen. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeilunzen und natürlich subscriben. Ich werde das direkt verlinken. Das werdet ihr nicht übersehen können. Und ich habe mir da schon ein paar neue, neue, geil große Videos vorgenommen, wo ich schon genau weiß, wie ich die machen werde und was ich da drin machen werde. Und nicht so zu gehören, dass es 3-Com Specials raus, sondern auch zum Beispiel, wenn man mal jetzt wieder nach Lorette fährt oder so was oder Skiurlaub, da hätte man so ein geiles Special direkt machen können. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, erstmal zum anderen Channel rüber zu gehen. Schön das Kronos Gold Video angucken. Natürlich subscriben und ich werde die anderen Videos jetzt, wenn die kommen, auch werde ich ein normales Gameplay hier hochladen und davor so einen kleinen Teaser für die Videos, die ich dann der Woche hochgeladen habe, machen. Ja, und insofern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020